Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krummel Baut. Heute gibt es das Review Video zu TGLs T5042, besteht aus 3056 Teilen und hat den Namen Superpower. Ja, ist ein roter generischer Sportwagen im Maßstab von 1 zu 8, der äußerlich etwas Ähnlichkeit mit einem Ford GT hat. Ja, soll wahrscheinlich so sein. Und das Ganze gibt es in vier Varianten. Es gibt eine rote Variante, so habe ich sie gebaut und es gibt eine blaue Variante und das Ganze gibt es dann auch noch motorisiert und statisch. Ich habe rot statisch hier oben, ihr seht es, bei Joy gekauft. Link packe ich euch unten rein, falls es euch interessiert. Falls ihr da kauft, gern Code Krümel baut, benutzen beim Bezahlen, spart da noch mal ein bisschen was. Ja, und wer es statisch kauft, kriegt, wer es dynamisch kauft, kriegt noch zusätzlich diese Motoren alles dazu. Beziehungsweise, wenn ihr ihn statisch kauft und motorisieren wollt, braucht ihr das. Das heißt, Narkobox, 3L-Motoren, ein Servo und eine Verlängerungsschnur. Das muss eine lange Verlängerungsschnur sein. So eine kurze hier reicht nicht. Also ich weiß nicht, 25 cm sind die langen, glaube ich. Die muss es schon sein. Ansonsten kommt ihr vom Servo einfach nicht bis hinter zur Akkubox. Gucken wir uns aber nachher in Ruhe an. So, ein bisschen Platz machen. Die Anleitung. Das ist eine typische TGL-Anleitung, relativ klein. Dafür aber okay dick, sage ich mal. Neun Bauabschnitte. Jeder Bauabschnitt in einer separaten Tüte. Es gibt dann noch Pins extra. Pins sind leider blau. Ich habe getauscht. 36 L, äh 3 L Pins, also Dreierlänge Pins und 42 Achspins gegen schwarze, damit man von außen an der Karosserie erstmal nichts Blaues sieht. Nur innen hier an ein, zwei Stellen lunscht da aber mal noch was Blaues durch. Ansonsten, die Anleitung ist eine klassische Anleitung. Also da gibt es eigentlich nichts Überraschendes. Teilübersicht, was man braucht. Pfeile. Alte Bauabschnitte sind leicht verblasst, aber nicht komplett. Das finde ich mal ganz gut. Längenangaben sind da. Einzig, was man meckern könnte, ist, dass ziemlich viel auf einer Seite passiert. Also ihr seht, hier, da sind immer zwei bis, also viel, ne, hier auch viel. Und was ein bisschen verwirrend sein kann, ist, es geht mal zur Seite, dann nach unten und zur Seite und auf anderen, äh, an anderen Stellen. Vielleicht finde ich zufällig auch mal eine. Äh, ne, gerade nicht. Da geht es halt nach unten und dann zur Seite und wieder nach unten. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht aus Versehen einen Schritt überspringt. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Ansonsten, er lässt sich gut bauen. Sagen wir es mal so. Es gibt Aufkleber. Diese. Insgesamt sind es 15 Stück. Ich habe keinen davon aufgebracht. Es sind durchsichtige Aufkleber. Das heißt, ähm, beim Aufbringen gucken, dass man keine Luftblasen hat. Dafür hat man nicht das Problem, dass das Rot irgendwie nicht passen könnte. Mag ich persönlich eher als Vollflächige. Ähm, noch besser wäre es natürlich, wenn das diese Transfersticker wären, dass einfach nur der gelbe Streifen kleben bleibt und der Rest abgeht. Aber, ja, man kann nicht alles haben. Wer die haben möchte, äh, aufbringen möchte, also die sind's. Gut. Ähm, holen wir mal einen Drehteller raus. So. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Maße. Das Auto ist 30 Zentimeter breit. Hier an den Spitzen. Er ist 58 Zentimeter lang. Und wenn er steht, runtergefahren, also das Flachste, 14 Zentimeter. Hochgefahren, ja, fast 16 Zentimeter. So. Und weil er hier gerade steht, drehe ich ihn ein bisschen mal und erzähle was über die Teile. An sich TGL gute Teile. Ähm, größtenteils Eigenproduktion. Aber ein Teil wird wohl dazu gekauft. Ich weiß aber nicht was. Jedenfalls, ähm, die Teile an sich von Maßen her alles okay. Nur in dem Set sind die Pins der Horror gewesen. Also, äh, sie sind nicht nur straff. Sie sind so straff, dass mir, der viel baut, ähm, die Finger nach einer Weile echt wehtaten. Ähm, da sollte man sich drauf einstellen, dass das kommt. Ansonsten, was Achsen, Zahnräder und sowas angeht. Das ist alles ein bisschen fester, aber, ähm, durchaus baubar. Würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, wer nur Dänisches oder Kader oder so kennt, wird sich erschrecken, dass das hier ziemlich straff ist. Aber ich weiß noch so vor drei, vier Jahren, wenn man da was von Chen Bao gekauft hat. Ähm, ich hab, seitdem meide ich die. Ähm, da konnte man echt mit dem Hammer draufhauen und man hat die Sachen nicht zusammengekommen. So schlimm ist es nicht. Also, man kann es schon noch mit der Hand alles zusammenstecken. Man braucht dann halt nur ein bisschen Kraft, wenn man es auseinander haben will. Und mit Pech tun dann irgendwann die Fingerkuppen weh. Ja, ähm, das Rot ist farblich soweit in Ordnung, bis auf die großen Penits hier. Die sind ein Tick dunkler. Ich weiß nicht, hier im Licht, so geht es gerade. Wenn ich das jetzt mal kurz ranhalte, so, dann sieht man da doch schon einen kleinen Unterschied. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten ist es immer das Problem, wenn es schwankt zwischen Hochglanzteilen, wie hier diese gerunden Liftarme, und Panels, die nicht hochglanz sind. Ähm, das ist dann das Problem. Ja. Ansonsten, so ein typisches Problem bei roten Teilen sind die Angusspunkte. Die sieht man hier alle als gelben Punkt. Also da, 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 da. Quasi auf jedem Teil, wo der Angusspunkt zu sehen ist, wo man es auch nicht drehen kann, weil so ein Panel muss halt in die Richtung rein. Das sieht man. Das ist aber auch bei anderen Herstellern so. Ähm, eigentlich bei jedem Hersteller, den ich jetzt so in Erinnerung habe, ähm, der normale Teile hat, ähm, Angusspunkte sind sichtbar. Bei den Spezialfarmen ist das immer noch was anderes. Also wenn TGL, haben die ja oft, schade, dass sie nicht hier gemacht haben. Dieses, ähm, Metallic angehauchte. Ähm, so hätte ich mir den echt gewünscht. Dann wäre es nochmal ein Zacken besser gewesen. Haben sie hier nicht gemacht. Ähm, da ist es nicht so schlimm, aber hier Angusspunkte. Ja, und was bleibt noch zu sagen? Wenn man ihn baut, es bleibt kein Teil in irgendeinem Bauabschnitt übrig. Es sind am Ende nur Pins da. Wenn ihr also beim Bauen, äh, nach Abschnitt 1 zum Beispiel auf einmal noch, keine Ahnung, ein Dreierlifter am übrig habt oder irgendeinen Connector oder sowas, guckt lieber noch mal nach. Den habt ihr vergessen. Zu 98%iger Sicherheit. 2% Toleranz. Ähm, das sei zu sagen. Ansonsten vom Aufbau her, Schwierigkeitsgrad. Wer ein großes 1.8er Auto gebaut hat, der kriegt den auch zusammen. Ähm, ähm, man sollte es vielleicht nicht gleich für einen Einstieg nehmen, nachdem man vorher Speed Champions gemacht hat. Ähm, aber auch da mit Geduld kriegt man es hin. Das größte Problem sind hier eigentlich die Pins und dass das auf die Finger geht. Aber auch das, wenn man langsam baut und nicht wie ich vielleicht 3, 4, 5 Bauschritte am Stück, ähm, kriegt man das vielleicht gar nicht so mit. Aber es sei gesagt. So, jetzt haben wir, glaube ich, auch alles. Achso, eine Sache noch. Es gibt, ähm, hier, das sind so, ähm, wie heißt denn das? Silber, Alu-Look-Teile. Ähm, das Gleiche auch bei der Motorabdeckung. So. Ich denke, jetzt habe ich ihn genug gedreht. Ehe mal hier. So. Und zurück ins Bild. Bei der Motorabdeckung, da hat man das Ganze auch noch. Wobei ich da sagen muss, die Panels leicht angekratzt. Also, nicht massiv, nicht schlimm. Aber wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man da leichte, ähm, Kratzer drauf. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so schön. So. Hätten wir das also auch alles geklärt. Aufbau, habe ich ja gesagt. Neun Bauabschnitte. Lässt sich bauen. Ähm, kein Ding. Funktionen. Ähm, wir haben, ich habe ihn jetzt motorisiert hier stehen, damit ich ihn mal ganz kurz am Ende, äh, langfahren lassen kann. Ähm, so eine Runde in der Küche. Ja, er ist jetzt nicht wirklich schnell. Das seht ihr auch gleich. Von daher, da reicht es, wenn ich hier auf dem Tisch mal kurz vorwärts, rückwärts fahre. Hat einen Wendekreis wie ein 40-Tonner mit zwei Anhängern hinten dran. Ähm, dementsprechend, wer ihn motorisiert haben möchte, sollte das dann einfach wirklich, weil er ihn irgendwie fahren will, aber nicht, weil er Spaß hat, dass es schnell geht und wenn man wenig Platz hat. Dafür ist er überhaupt nicht geeignet. Ja. Funktionen. Wir haben manuelle Funktionen. Nämlich, wir können die Türen öffnen. Wir haben hier Flügeltüren. So. Die gehen ungefähr so weit auf. Das heißt, man kann nicht wirklich einsteigen, ähm, weil der Winkel nicht stimmt. Also, man müsste da reinkriechen. Und, ähm, ein Problem, wenn man es zu hoch dreht, zack, da ist es passiert und dann klackt die Tür weg. Der Mechanismus funktioniert hier über zwei von diesen, äh, ich hoffe, man sieht's. So. Ich bommel mal dran. So, da. Das sind diese Stangen, die man von Lenkung, von der Lenkung kennt. Die die Lenkung immer mit den, äh, Rädern verbindet. Und wenn man es überdreht mit der Tür, dann rutscht das von einem Balljoint ab. So. Und zweites Problem, wenn man die Tür runterlässt, fällt sie in diese Position und man muss sie ein Stück anheben und auf einen Liftharm setzen, dass dann hier die Linie wieder zustande kommt und dass es hübsch aussieht. Dann hätten wir, ähm, haben wir eine Lenkung mit angebundenem Lenkrad. Kann ich euch aber nicht zeigen. Ne, nicht angebunden. Doch, angebundenes Lenkrad. Ich wollte gerade sagen. Ähm, weil ein Servo dran hängt. Und dementsprechend funktioniert das nicht. Ansonsten, wir können hier vorne eine Klappe öffnen. Wir können hier hinten eine Klappe öffnen. Das ist das, was manuell funktioniert. Und, wenn man ihn nicht motorisiert hat, ist hier ein Zahnrad. Ich zieh's mal kurz ab. Da, so ein Zahnrad. Sitzt hier auf einer Achse. Und wenn man dann ganz viel Zeit hat, kann man drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Und dann fährt er irgendwann hoch. Und gleichzeitig, wenn er hochfährt, fährt er Spoiler rein. Klar soweit. Jetzt ist das Problem, das ist das Tiefe. Also tiefer geht nicht. Was ich persönlich schon zu hoch finde für einen Sportwagen, für einen Supersportwagen. Aber er fährt dann halt noch höher, so fast zwei Zentimeter hoch. Das sieht absurd aus. Wir zeigen, äh, wir gucken's uns gleich an. Und jedenfalls ist das verbunden. Und wenn er hochfährt, fährt er Spoiler ein. Das ist schön. Habe ich auch beim Aufbau damals gesagt gehabt. Also übrigens, wen das hier mit dem Aufbau noch genauer interessiert, gibt's zwei Aufbau-Videos zu. Einfach mal bei meinem Kanal unter Videos gucken. Und dann entweder Playlist aufbauen oder so runterscrollen, findet er die. Genau. Man dreht ewig. Also, das macht man einmal und muss es dann noch ein zweites Mal machen, weil man ihn vielleicht wieder nach unten haben will und will's dann nie wieder machen. Das ist die einzige Sache, wofür sich ein Motor lohnen würde. Den kann man aber in dem Fall auch ganz kurz, man zieht das Zahnrad ab, setzt den Motor drauf, dreht ihn hoch, dreht ihn runter und nimmt den Motor wieder ab. Und dann ist fertig. Apropos Motor. Man kann ihn komplett statisch bauen und die Motoren einfach nachträglich einsetzen. Das ist eine ziemliche Formelei bei dem, weil das nicht, wie man es sonst fast immer von den asiatischen Herstellern kennt, dass man hier unten zwei große Plätze hat, wo Motor rein, Motor rein, Servo rein. Nee, also das ist der L-Motor, der die Höhenverstellung betreibt. Den muss man quasi hier in die Lücke reinmachen. Dann mit dem Finger irgendwie hoffen, dass man die Achse trifft und dann reinschieben. Den Servo, das ist, hier sehe ich gerade, ist ein bisschen so. Den Servo kriegt man relativ einfach rein und die L-Motoren für den Antrieb, da passen auch nur L-Motoren rein. Also wer denkt, dass er da vielleicht irgendwie mit XL oder irgendwas versuchen könnte, funktioniert nicht. Man muss die Sitze rausnehmen und wenn ihr dann da hinten, achso, das ist nicht ganz in der Mitte. So, Sitze und da hinten, ich hoffe ihr seht es, da sieht man in Grau, da so, in der Lücke vor meinem Daumen, da hinten sitzen die Motoren. Das heißt, man muss die in der Lücke reinschieben, dann so hoffen, dass man wieder die Achse trifft. Es ist ein leichtes Gefummel. Ich habe es jetzt einmal gemacht, ich will es danach aber nicht wieder machen. Sagen wir es nochmal so. Ja, und dann ist er motorisiert und dann kann man ihn fahren und das machen wir jetzt auch mal, wenn ich die kann, wenn ich die nun finde. Wo? Ach, hier. An. Übrigens, das ist alles wild, also es ist, glaube ich, ein Kader-Motor, Moldking-Motoren, Noname, Servo, eine Akkubox von, ich glaube, TGL direkt. So, fahren. Machen wir mal fahren. Übrigens, auch hier, es kommt immer wieder die Frage, wenn ich vorwärts fahre, fährt er rückwärts, wenn ich A und A einfach gedrückt halten, dann blinkt es kurz und dann hat er die Richtung getauscht und dann kann ich. So, und das ist die Höchstgeschwindigkeit. Wer meine Videos öfters guckt, weiß, dass das sehr langsam ist, weil ein schnelles Auto würde hier sofort vom Tisch jagen, darum mache ich das meistens nicht. Ja, gut, also wie gesagt, er ist nicht sonderlich schnell. Und dann kann man das hoch und runter fahren und jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung ich drücken muss. Das ist die falsche. Da ist übrigens, habt ihr vielleicht den weißen End unten gesehen, eine Rutschkupplung drin, dass da nichts kaputt gehen kann. Irgendwann greift die Rutschkupplung. So, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass wir jetzt alles schon mit Hand drehen. Und jetzt seht ihr, hier vorne geht es los. Ich weiß auch nicht, warum der vorne zuerst reagiert. Dann geht es hinten los. Der Spoiler fährt rein. Jetzt ist der Spoiler richtig drin. Das sieht ein bisschen komisch aus für die Tür. Ja, und dann ist der Spoiler drin und wir haben ein Buggy. Können wir Rallye Dakar mitfahren. Macht also wenig Sinn. Falsch richtig, dass ich immer das mit dem Knopf falsch mache. So, und jetzt fahre ich mal wieder runter. Sackt er auch hinten erst ein. Dann fährt der Spoiler hoch. Dann reagiert vorne. So, das ist das tiefste hinten. Vorne geht es sogar noch ein Stückchen, bis er jetzt unten ankommt. So, und ich finde, das müsste oben sein. Und dann können wir hinten noch einen halben Zentimeter und vorne noch einen Zentimeter runterfahren. Und dann hätten wir eine anständige Höhe. Und es würde cool sein. So wie jetzt mit dieser... Achso, und dann haben wir natürlich noch eine Federung. Habe ich vergessen. Wir wollen es nicht. Das funktioniert auch. Und der sackt nicht wirklich ein. Also, ich hebe ihn hoch. Ich setze die Stellen hin. Ich federe. Und der kommt sofort wieder hoch. Also, die Federn halten auch das Gewicht. Ist ja auch immer so eine Sache. Hat jetzt zuletzt den Porsche gebaut. Den 963. Der ist ziemlich weich. Und wenn man da nicht die extra harten Federn reinsetzt, die sie Gott sei Dank dabei gelegt haben, ist der sofort auf den Boden geknallt. Das funktioniert hier immerhin besser. So, aber Höhenverstellung. Achso, die Akkuvox, das habt ihr hoffentlich gesehen. Die sitzt hier hinten drin. Da kommt die rein. Man kommt gut ran. Das ist jetzt kein Problem. Kann man nicht drüber meckern. Höhenverstellung. Ich weiß nicht. Merkt euch mal die Höhe. Ich habe jetzt gerade nichts, um das zu zu... Aber ihr könnt es euch ja mal merken. So, und dann fahre ich das jetzt nochmal hoch. Aber da gibt es einen Trick für vorne zu... Also, hinten wahrscheinlich auch. Aber hinten finde ich die Höhe fast in Ordnung. Also, damit kann ich leben. So. So. Dann nehmen wir jetzt mal hier das Rad ab. Und dann... So, ich hoffe, ihr seht das da im Dunkeln. Da. An der Stelle. Da, mein Finger drückt gerade drauf. Na, von oben kann ich es nicht gucken. Machen wir es mal so. Da. Da sitzt ein Pin mit einem Distanzstück. Jetzt versuche ich das einfach mal mit euch. Also, ich habe es schon ausprobiert. Das funktioniert. Aber ich versuche das jetzt mal hier mit euch abzukriegen. Was so eine Sache bei den Pins ist. Und das Distanzstück ist schon mal ab. Jetzt müsste ich halt versuchen, den Pin da irgendwie rauszukriegen. Gut. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, wo ist das Distanzstück jetzt hingeflogen? Es klappert im Auto. Auch gut. Da kam es. So. So sieht das aus. Distanzstück. Pin. Nehmt es ab. Das fungiert nämlich als Blocker. Wenn ihr es auf beiden Seiten abmacht, kriegt ihr nochmal so einen halben, dreiviertel Zentimeter, sagen wir mal einen halben Zentimeter Tiefe dazu. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Mal gucken, ob es schon einen Unterschied macht. Macht halt optisch was her, finde ich. Ja, viel macht es nicht aus, weil der Pin halt noch stört. Und weil er auf der anderen Seite natürlich auch. Aber so. Guckt es euch so an. Und guckt es euch so an. Ist schon ein Unterschied. Also allein das Distanzstück abmachen, hilft schon, dass es besser aussieht. Hier kriege ich fast meinen kompletten Finger dazwischen. Und wenn er hier steht, nicht mehr. Also allein das Distanzstück, jetzt ist es mir weggerollt hier. Das abmachen. Und ihr kriegt ein Stück tiefer, dass es besser aussieht. Dann ist nur die Sache mit dem Spoiler hinten. Huch. Na, komm auch. Mit dem Spoiler hinten. Aber ziehen wir mal hier kurz ab, dass er alles. Können wir mal reingucken. Das ist, in dem Moment seht ihr hier die gelben Zahnräder. Da oder auch hier unten. Und die Achse liegt quer, dreht sich. Und dann sind da L-Lift-Arme. Und die drücken den nach oben. Wenn euch der Spoiler stört, ja, also, dass der quasi immer unten sein soll, habt ihr entweder die Möglichkeit, die L-Lift-Arme rauszunehmen. Oder das sitzt auf Achsen. Nehmt die Achsen raus. Also ich könnte das jetzt auch einmal wild ziehen. Dann hätte ich das Ganze wahrscheinlich in der Hand. Setzt Achsen, einfach Achspins rein. Und dann könnt ihr den unten einfach fest befestigen. Und dann fährt er gar nicht mehr hoch runter. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, um das Problem zu beheben. Also, das mit dem Spoiler lässt sich zumindest, das würde ich sagen, relativ schnell ändern. Das sieht jetzt irgendwie, soll das so sein? Doch, ich glaube, so sollte es sein. Ja. Und das mit der Höhenverstellung, wie gesagt, nehmt das eine Distanzstück da raus. Dann ist das auch kein Problem. Genau. So. Und damit haben wir eigentlich alles durch. Jetzt können wir noch kurz über die Form sprechen. Ähm, ich finde, der ist recht gelungen. Also, er wirkt ein bisschen, er ist, das ist für mich der beste F40 bisher auf dem Markt. Also, meiner Meinung nach, es gibt ja noch zwei, drei Mox. Ähm, Lukas, äh, Lukas RS Design hat für Rasta ja den F1-Wagen gemacht. Und für Morg, den SF90, der bringt mit Morg einen 1 zu 10er F40 raus. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ansonsten gibt es ja noch von Moju einen F40, äh, nicht F40, Entschuldigung, einen Ford GT. Ähm, in Blau. Den werde ich irgendwann in den nächsten Wochen bestimmt mal mit dem hier vergleichen. Ähm, von Lego würde preislich zumindest der gleiche sein, aber ein komplett anderer Maßstab. Und dementsprechend eigentlich, äh, keiner Rede wert. Ähm, der ist auch schlechter. Und dann gibt es noch ein paar Mox von zum Beispiel Lox Lego und von wem denn noch? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Jedenfalls, der. Also, wenn es ein F40 sein soll, einer, würde ich mich für den entscheiden. Das so als meine persönliche Meinung. Wobei ich auch den nicht ganz perfekt finde. Der ist mir vorne noch zu wuchtig, also zu hoch. Das müsste alles irgendwie vielleicht ein bisschen breiter sein und dafür flacher irgendwie. Rein, die, die Key, also die wichtigsten Elemente sind natürlich da hier mit dem Kotflügeln, ähm, mit dem, äh, Seitenschwellern, Seitenflügel, was weiß ich, wie das Ding heißt. Dass der hinten schmaler wird, Auspuff und alles sowas. Also, das passt schon, aber der ist hier vorne noch zu wuchtig. Der müsste noch ein bisschen flacher sein und ein bisschen breiter wirken. Das wäre so das Einzige, was ich noch ändern oder mir hätte als Wunsch, ähm, was ich als Wunsch hätte, dass es hätte besser sein können. Die Scheinwerfer finde ich ganz cool gemacht. Sind übrigens die Systemsteine alles, die sitzen auf zwei Noppen. Aber das mit den Eishockey-Schlägern, ähm, doch, vielleicht ein bisschen schmaler und mehr versetzt oder so. Aber auch das, ja, das sind Kleinigkeiten. Ich denke aber, der gehört zu denen. Man sieht den und wenn man einen Ford GT kennt, erkennt man sofort, hallo, ist ein Ford GT. Das muss man nicht mit irgendwelchen Aufklebern oder irgendwie sowas draufkleben, damit man es weiß. Das haben sie so schon ganz gut hinbekommen, denke ich. Gut. Genug gesülzt. Ähm, das Wichtigste ist gesagt, für die, die es interessiert, ähm, haben vielleicht nochmal die ein oder andere, ähm, Meinung oder irgendeinen Punkt gehört, der sie beschäftigt hat. Ja, soviel von mir. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne immer Daumen da lassen. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Glöckchen drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video da ist. Genau. So, soviel von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.